Seid gegrüßt, meine Lieben, Zwerge, Gnome, Hobbits und Ayladon zu einem weiteren Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst. Ich spiele das erste Flash-Game, was ich auf Weihnachten macht Spaß.com gefunden habe. Die erste Webseite, die ich unter Weihnachtsspiele, unter Google gefunden habe. Ja, es flimmert ein bisschen diskret, meine Kamera. Ja, es flimmert ein bisschen diskret, weil ich mir aus Zeitgründen die Problematik mit meinem Aufnahmeprogramm nicht leistern kann. Aber ja, ich hoffe, ihr werdet es ausstehen. Los geht's nach dem Intro. Geigen, Männchen kennt jeder, bloß mit einem Tannenbaum. Das erste Spiel in unserer Reihe werden da, glaube ich, heute zwei spielen. Mal sehen, los geht's nach dem Intro. So, Geigenraten, hier kann ich auf die Buchstäbchen klicken, wie zum Beispiel ein B. Das ist schon mal falsch, da fällt schon mal ein Kühlchen ab. Ja, ein A ist aber vielleicht drin. Nöp, ein E ist ganz bestimmt drin. In der deutschen Sprache garantiert. Ja, drei E's. Ein I ist bestimmt drauf. Nein, ein O. Nein, ein K. Okay, E, K, K, Ne, ich komme noch nicht drauf. Ein N vielleicht, ja, Nke. T vielleicht, nein. Seht, das fällt da links schon fast ab und der Tannenbaum ist schon fast leer. Ja, G, A, ja, klar, ist klar. G, von insgesamt drei Worten hast du drei Erraten. Wie drei Worte. Achso, ja, stimmt. Ich habe das schon vorher mal gespielt. Ich habe das mal ein bisschen getestet mit zwei Runden und, ja. Um mal zu gucken, was ich euch hier präsentiere. Ba, Banane ist es schon mal nicht. Nee. Baum vielleicht. Nein, Baum ist auch nicht, kommt auch nicht in Frage. Nein. I ist bestimmt drin. Bei in Ba, oh, nee. Backen, nee. Nee, passt nicht rein. Bas, ba, äh, hä. Basi, nee, Bas. Bas. Ah, basteln. Alles klar. Ist jetzt nicht so schwer. Ich mache jetzt noch eine dritte Runde. Ein K. Und dann versuchen wir mal das nächste Spiel. K. Nee. Komm, ein E ist drin. Was, kein E drin. Jawohl. Aber ein A. Dann ist A habe ich schon. E, I, O. Ein U müsste noch drin sein. Nee, ist es nicht. Eine S? Nee. Ich habe gerade gar keinen Plan. L. Ein F. Ein P. K. Okay. Erst war jetzt. Zum ersten Mal. Kranz. Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Hier habe ich was Nices gefunden. Die Punschhütte. Bau eine durchgehende Verbindung vom Punschtopf zum Zapfhahn. Indem du auf das Feld klickst, auf dem du das unterste der vorgegebenen Rohre installieren möchtest. Und so sieht es aus. Gut. Ich denke das ist ein Punschtopf. Und das ist der Zapfhahn. Okay. Das wird doch nichts. Oha, es kommt geflossen. So. Bitte nicht unten rausfließen. Doch. Ach, nö. Ach, nö. Versuchen wir es nochmal. Next Try. Jetzt habe ich es halbwegs kapiert, wie es geht. So geht es schon mal nicht. Also ein Kreuz dürfte eigentlich nicht entstehen. Ich muss hier einmal rum. So, danke. Einmal hier durch. Einmal hoch. Danke. Hier um die Ecke. Hier eine Gerade. Hier noch eine Gerade. Ich vergeige das doch wieder. Ich sehe das doch schon. Nein. Ich schaffe es nicht. 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 Schnell, schnell, schnell. Ach, komm. Fast, fast. Next Try. So, hier rum. Da rum. Von mir aus auch so. Und jetzt hier einmal um die Ecke rum. Zack, 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 zack. So. Ja. Geil. Jetzt warten. Oder kann ich das hier vorspulen? Ja. Nice. Geklappt. Nächster Level. Uh, nochmals. Dann mal los. Zack. Juhu. Ich bin gut drauf. Bin gut dabei. Nächster Level. Oh, da ist schon was vorgegeben. Schaffe ich jetzt. Zack. Hier um die Ecke mal runter. Bitte. Einmal. Aber was ist? Was ist denn das für ein bekacktes System hier? Dass man hier mehrere Mal klicken muss um das. Und wozu sind eigentlich diese Kreuzdinger da? Wenn sowieso nichts bringt. Ich bräuchte hier mal zwei Geraden. Was ist denn ein Spiel? Das wird nichts. Ja, eine Gerade bitte. Oder eine Form nach oben. Es kommt schon. Es hetzt. Einmal noch umdrehen. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Hoch. Ja. Hier. Um die Ecke. Noch ein Dreher. Zack. So. Und jetzt einmal runter. Danke. Danke. Ja. Puh. Wow. So. Glühwein ausgeschenkt. Ich weiß, es entsteht Punsch. Aber so. Nächstes Level. Direkt einmal. Ich könnte drum herum bauen, aber so. Puh. Klappt. Wie bitte? Was? Nicht geklappt? Und wo war der Fehler? Na ja, egal. Tragen wir mal den Namen ein. So. Abschicken. Heißcore wird eingetragen. Wo stehe ich denn? Auf Platz 350. Juhu. Ich bin Platz 350. Ja. Dann, wenn es euch gefallen hat. Diese beiden kleinen Flash Games. Und die ein bisschen unterhalten wurden. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Dann. Ja. So perfekt bin ich dann doch nicht. Hier sind noch zwei Videos eingeblendet. Links eins von wem anders. Rechts eins von mir. Zieht es gleich beides rein. Dann. Und ciao. Vielen Dank.